Ein Hallo und Herzlich Willkommen zurück zu Crysis 2, meine Freunde. Weiter geht's. Super. Ich dachte schon, ich sterbe jetzt wieder, aber ne. Es wäre für alle Beteiligten von Vorteil, wenn sie uns in einem Stück erreichen würden. Ich tue mein Bestes, um Ihnen Feuerschutz zu geben. Aber seien Sie bitte selbst auch ein bisschen vorsichtiger. Und ohne melodramatisch wirken zu wollen, beobachten Sie den Himmel. Und den nächsten, der da irgendwie hängen bleibt, auch sehr schön. Und hinter mir ist auch noch einer irgendwie. Na, na. Mann, oh Mann, oh Mann. So, nehmen wir die Raketenwerfer mit. Ein bisschen Munition. Sehr schön. Kann weiter hin. Äh. Die laufen irgendwie in der Luft auch gerne. Hammer geil. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Wow. Alter, 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 alter. Meine Fresser. Natürlich weiß er genau, wo ich bin. Jawohl. 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 Da sind wir nochmal gut weggekommen, ey. Also. Mein lieber Scholli, ey. Mann, oh Mann, die machen auch einen Schaden, ey. Der ist echt nicht mehr... Was weiß ich, ey. Das geht auf jeden Fall nicht mehr klar. Wir machen einen Stealth-Skill, hier. Nein, der nimmt nicht, ey. Oh Mann. Den Stealth-Skill kann man wahrscheinlich wirklich nur leider... Den Tarn-Modus-Ding ist da machen, ey. Leider, leider. Naja. Wird solid. Tarn-Feld aktiviert. Tarn-Modus-Ding ist dauernd. Jetzt sag mal, wo sind hier noch welche? Über mir? Wahrscheinlich, ne? Das hört sich jedenfalls die ganze Zeit so an, als ob jemand über mir noch ist. Irgendwie. Naja. Aua. Aua, aua, aua. Lad auf, die Energie-Kollege. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Gott. Und schon sehen sie mich wieder. Finde ich ja nicht so geil. Tarn-Feld aktiviert. Dreh dich um. Obwohl. So geht's natürlich auch, Kollege. Ach, das scheiße, das ist ja noch einer. Tarn-Modus-Ding ist dauernd. Tarn-Modus-Ding ist dauernd. Jetzt lad auf, schnell, go, go. Tarn-Modus-Ding ist dauernd. 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 Hat sich erledigt. Ach, weißt du was? Wir laufen jetzt einfach weiter hier. Bevor wir im vorigen Part da nochmal abkacken irgendwie. Ska... Wollte ich eigentlich jetzt gerade nicht nehmen. Meine Fresse, ey. Nervensäge und so. Aber die Aliens haben auf jeden Fall schon ordentlich was drauf, ey. Ach, ich muss da hin, oder was? Ah. Ja, den wollen wir mal durchdüsen, ne? Hier durchdüsen. Oh, da sind schon wieder ein paar Aliens. Wie sogar fahren wir aber einfach mal, ne? Muss sein, muss sein. Ich war es glaube ich auch schon mit der kleinen Autofahrt. Leider. Ging ja nicht so lange. Weil der auch nicht so ordentlich viel Speed drauf hatte, ey. Leider. Wir scheißen einfach jetzt so. Kurz mal auf die ganzen Gegner. Scheiß drauf. Kein Bock gerade, ey. Ganz ehrlich. Und da ist schon der nächste Wagen. Sehr schön. Fahr los. Go, go. Gib Speed. Hau alle draus. Kollege. Oh mein Gott, ey. Komm, Fahrer. Jawoll. Oh. Und der überschlägt sich. Ah, komm. Dreh, dreh. Jawoll. Aber wir können eh nicht mehr da weiterfahren, glaube ich mal. Auch sehr schön. Muitionsnachschub brauchen wir eh eigentlich gar nicht. Gut. Delta Company, hier zu Club 7. Nähere mich der LZ. Bereithalten für Luftevakuierung zum Terminal. Machen wir es kurz und schmerzlos, Gentlemen. Verstanden zu Club 7. Folgen Sie unserem Raum. Tons hat aktiviert. Moin, Jungs. Nicht schießen. Er ist auf unserer Seite. Hey, Anzugtyp. Hier entlang. Bewegung. Ja, ja, Anzugtyp und so. Taktische Optionen treffen bei. Okay, das war's. Alle zurück zur LZ. Bewegung, Bewegung. Go, go, go. Was ist das? Wo? Landungsschiffe im Antflut. Ach, nö. Wo? 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 In den Bus, okay. Aber ich glaube, wir gehen mal wieder ein bisschen weiter vor. Stealth-Skill und so. Versuchen wir jedenfalls. Sind da nur zwei? Ne, drei. Auf der anderen Seite ist noch einer. Komm, Stealth-Skill. Los. Jawohl. Aber jetzt werde ich, glaube ich, ordentlich beschossen. Glaub ich jedenfalls. Lad auf, lad auf, lad auf. Die Energie. Ne, ne, im Spiel. Tot? Irgendwie nicht. Jetzt aber. Jawohl. Jawohl. Ich dachte schon, der sieht mich hier gleich, ey. Die olle Muschi. Oh, oh. Alter. Achso, wir müssen nach vorn jetzt stürmen. Alter, alter. Da schießt mich aber was an, ey. Lieber Scholli, ey. Nicht gut. Ich frage den Widerstand, den wir jetzt wieder umziehen. Zentrale, hier ist Chino. Wir haben es fast geschafft. Passen Sie auf. Ich sehe Kampfschiffe, die zu Ihnen unterwegs sind. Verstanden, Chino. Wir haben den Gehörst. 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 Alcatraz. Ich fürchte, durch die Eskalation der Ereignisse entgleiten wir das Ganze. Ihr Anzug arbeitet jetzt an der Spore. Gebt ihr auf Nano-Ebene eine neue Funktion. Baut eine biologische Brücke zwischen unserer Technologie und ihr, der Ceph. Aber wir brauchen mehr Zeit. Gehen Sie mit den Marines und tun Sie, was Sie können. Ich habe Sie nicht im Stich gelassen, Alcatraz. Aber wir müssen jetzt alle kämpfen, wenn wir erfolgreich sein wollen. Ja, Leute. Da wäre ich wieder. Wieder mal Crisis 2 abgestürzt. Naja, was soll's. Wollen wir mal das Gebiet hier sichern. Und ich glaube, wir müssen das jetzt einfach hier verteidigen. Na, dann wollen wir mal es versuchen. Oh, der ist schon mal down, auf jeden Fall. Sehr nice. Die machen Schaden, ey. Oh, das ist C4. Schöne Ding. Sind die da immer noch? Wie die da immer noch sind? Oh, der will vorrushen. Der Hansi. Weißt du was? Wir versuchen die jetzt einfach mal ein bisschen Stats-mäßig wieder auszuschalten hier. Geht der Wann gerade gleich in die Luft irgendwie? Kann das? Ja, das macht er. Alter Falter, Alter Falter. Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Sieht er mich? Ne, der sieht mich nicht. Schade. Na, was soll's. Ich frage mich, ob meine Typen jetzt irgendwie verrecken können. Von wegen, die verrecken, denn es ist Game Over irgendwie. Okay. Stealth-Skill, Stealth-Skill, Stealth-Skill. Kann das sein, wenn die so verdammt kacke rot leuchten irgendwie, dass wir die dann irgendwie nicht ausschalten können? Also mit einem Stealth-Skill halt, dass die dennoch ein bisschen stärker irgendwie sind. Das kommt mir jedenfalls so die ganze Zeit immer so vor. Finde ich nicht so geil. Um ehrlich zu sein, ne? Ach, Mann, ey. Schade. Dann fällt aktiviert, dann fällt aktiviert, dann fällt aktiviert, dann fällt aktiviert. Oh, nee, oh, nee. Über mir ist scheinbar noch einer. Oh, ja. Na und er ist tot. Da flog irgendetwas grad zu mir. Granato oder so. Alter, was sind das für Grafikfehler nebenbei. Guck dir das an, ne? Total... Oh. Überschuldig, ey. Oh, 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 oh. Was hat denn der für ein Problem, ey? Oh, der wäre schon mal down. Und ich bin auch schon fast down. Finde ich nicht so geil. Boah, das ist Sniper, ne? Das ist irgendwie total komisch. Wenn man nämlich in diesen Zoom-Modus geht. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, aber das bewegt sich total schnell, ey. Guck dir das an, ey. Wie schnell sich das bewegt, ey. Okay, ihr merkt es doch wahrscheinlich jetzt eh nicht, aber... Oder sieht es nicht, aber das bewegt sich irgendwie total komisch. Das ist schon mal sehr klar, auf jeden Fall. Und der will irgendwie nicht hier verrecken. Wie gesagt, ich glaube, die Leuchten, also die ein bisschen rot leuchten, halten auf jeden Fall mehr aus. Also sind ein bisschen stärker und so. Deswegen, ich hab denen ja ein paar Headys die ganze Zeit verteilt. Und der verreckt einfach nicht. Und nebenbei verriege ich hier fast, ey. Die machen Schaden irgendwann über Scholli, ey. Geht ja gar nicht klar. Och Mann, Alter. Na, okay. Etwas größerer. Peinny. Und, sag schon mal Goodbye. Ach du Scheiße. Sollen wir den runterholen? Scheinbar. Ah, ich muss ja wieder aus dem Zoom raus. Stimmt ja. Da war ja was. Alter, 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 ne? Verfolgt die Rakete eigentlich das Ziel, wenn ich drauf bleibe also? So eine Lenkrakete irgendwie? Kommt mir jedenfalls noch nicht so vor irgendwie. Aber es ist down. Der ist schon zerstört. Worauf schießt du? Oh Mann, ey. Wie verballer ich schnell Munition, oder was? Naja, wenn's Spaß macht. Ich würd sagen, bevor wir aber weitermachen, werde ich ab hier erstmal einen kurzen Cut einlegen und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Crisis 2 wieder. Chakalaka. Motherfucker. Bye.